Ja, hallo Leute, hier nochmal ein kurzer Hinweis zu dem Video jetzt, das hier sind zwei Dinge. Einmal als erstes ein Anfang, der ein bisschen schief gelaufen ist von dem Video, was gerade hochgeladen wurde. Den habe ich rausgeschnitten, den habe ich euch jetzt extra rangehangen. Und danach kommt noch was, da kommt ein Lied, was von jemandem produziert wurde. Und zwar, er nennt sich bei mir MC Donut Leon. Der hat ein Lied produziert, das ist zwar nicht meine Musikrichtung, aber es ist Hard Bass, also Techno. Und das ist richtig gut geworden. Ich spiele euch gleich mal den Anfang ein und ja, das ist aber eigentlich nur auf mich bezogen. Also nicht auf The Summer, das ist ja auf mich bezogen, auf meinem Kanal, da wird das später auch hochgeladen. Das ist aber nur ein kleiner Vorgeschmack, weil ich gerade ein bisschen das Video verlängern wollte. Joho Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von uns. Ja, ich bin hier schon angemeldet auf dem Ubuntu-Rechner von mir, beziehungsweise auf einer virtuellen Maschine. Und ich werde euch heute zeigen, wie ihr meint, wenn ihr nicht atmen seid, macht ihr euch einfach zum Root. Hey, oh, scheiße, so ein fuck, ey. Ach, leg mich. Hier ist der Epsichurin auf. Mein eigener Trinkel, eigener Trinkel, eigener Trinkel, eigener Trinkel.